Schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Most Actives. Wie immer starten wir natürlich zuerst mit dem Blick auf den Gesamtmarkt und beim DAX. Da sehen wir, ich möchte nicht sagen einen leichten Stillstand, aber ein Herumpendeln um die jüngsten Höchststände. Wir sind leicht im negativen Bereich heute in den Donnerstag gestartet. Der DAX bewegt sich nicht allzu weit von dem jüngsten Allzeithoch weg, aber es bleibt in Sichtweite jedoch unerreicht. Denn es gibt Experten, die sagen, dass über der Marke von 13.800 Punkten fundamental gesehen die Luft nun wirklich dünn wird. Es müssten einfach mehr Ausblicke kommen, gerade von der Unternehmensseite, die ja jetzt auch einige Zahlen schon geliefert haben, die dann auch besagen, dass es nachhaltig positive Ausblicke geben wird. Dann könnte man auch diese erwartete Delle durch das Coronavirus und die wirtschaftlichen Folgen etwas besser abschätzen. Nichtsdestotrotz, der DAX ist nach wie vor komfortabel über der Marke von 13.700 Punkten unterwegs. Schauen wir uns jetzt nochmal an, wie es aussieht mit den meist gehandelten Werten beim Online-Broker Fledex. Wir starten natürlich wie immer mit den meist gekauften Werten. Da finden wir Nail Ballard Power, Plug Power, Wirecard und Power Cell Sweden. So viel Power, da bringt es mich fast raus. Wir starten mit Ballard Power. Die Wasserstoffaktien insgesamt laufen ja wirklich wie geschnitten Brot. Wir sehen allein bei Ballard Power, dass es in dem US-Handel gestern nochmals um 13 Prozent nach oben ging. Das ist natürlich schon ein ordentliches Stückchen. Aber die lieben Kollegen vom Aktionär von der Zeitschrift heben auch den Finger und sagen, Vorsicht, es kann nicht nur in eine Richtung gehen bei der Börse. An der Börse, das kennen wir. Es ist momentan wirklich an der Zeit für eine kleine Korrektur. Und sie halten auch einige der Aktien für überbewertet. Außerdem ist heute bei den meist gekauften Werten noch Wirecard dabei. Bei Wirecard hatten wir gesehen, dass es ein stetiges Auf und Ab der Aktienperformance in den letzten Wochen gibt. Es gibt Vorwürfe durch die Financial Times an das Unternehmen, Vorwürfe der Bilanzmanipulation. Das kommt natürlich nicht gut an. Wirecard hat darauf reagiert mit einer Sonderprüfung. Und es gibt aber auch einen Gerichtsstreit zwischen der Financial Times und Wirecard. Da wurde jetzt ein Gerichtstermin verschoben. Und dementsprechend aufgrund dieser Nachrichtenlage gibt es auch weiterhin einiges an Volatilität. Aber die Kunden des Online-Brokers Fledex kaufen heute aktuell zu. Schauen wir uns auch nochmal auf der anderen Seite um, was nicht gekauft würde oder besser gesagt die meist verkauften Werte. Da finden wir auch Ballard Power wieder, Plug Power, Nail, Vata und Power Cell Sweden. Bei Vata werfen wir mal einen Blick auf die Aktienperformance. Denn bei dem Mini-Batteriehersteller hat man gesehen, dass das Jahr 2020 oder besser gesagt der Start in das Jahr 2020 ein kleines bisschen verhaltener angelaufen ist. Das heißt, die Kurse, die dreistellig schon lange waren, scheinen jetzt erstmal wieder ad acta gelegt zu sein. Nichtsdestotrotz sehen wir nach der Zahlenvorlage, dass hier Wachstum mit im Spiel ist. Und dementsprechend sahen wir jetzt auch in der letzten Zeit durchaus eine kleine Erholungsrallye. Also hat man hier aber erstmal gesagt, zumindest bei den Kunden des Online-Brokers Fledex, wir verabschieden uns von den Aktien. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von Ihnen, aber nur für den Augenblick. Ich freue mich natürlich, wenn Sie morgen wieder einschauen bei den Most Actives. Haben Sie einen guten Handelstag und einen guten Start morgen.